anusaurus rex porsaurus porsaurus war der meia saura ein uccius rachiosaurus diplodocus parasaurolophus wenn man da schon dann macht man das hier nicht auch ich kann ja schon mal sein kann bei wegen zu teuer ich finde man sollte sich in dem spiel noch geld leihen können dann würde man einiges viel schneller hinkriegen ein kleines nebengeschäft das benutzen soll dinosaurier da weiter sind wir zu bekommen kannst du auch bei anderen inseln ja das ist richtig dafür brauche ich nur erst mal ein fossilien das habe ich denn jetzt abgeschlossen also ein fleischbesser auch nur aktuell erst mal noch na wie heißt es was sie im zentrum dank ungenutzter strom ein 0,1 kann ich mir aktuell noch nicht mal leisten aber wir schreiben zumindest schon mal grüne zahlen das ist schon mal ein vorteil nee aber acht wäre ein bisschen natürlich weil ihr dient huten die den 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 denn 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 b sparen jetzt los wird jetzt 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 da jetzt 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 es geht auch gewächshaus ich bin mir nicht ganz sicher was angenommen ist aber wenn es neues gefällt es mir also ist es neu ich bin ich bin ich bin natürlich brauche ich jetzt mal wieder brachiosaurus das ist ein riesenvieh die weg von meinem monitor alter also zwei prozent nur noch dann ist das abgeschlossen also dann habe ich ein neues lebensfähiges geno in der waldschwein Ah, nur ein. Ah. Äh, 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 äh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lass dich nicht stören, trinken einfach mal ein Stückchen. Die Sonne. Oh. Nein, nicht geschlüpft. Keine große Kunst, aber mir gefällt's. Und irgendwann möchte ich das machen, dass ich ein Gehege hab, wo nur Triceratops, also Arten von Triceratops drin. Also wirklich nur. Nein. Nein. Mach heile. Los. Jetzt. Auch Hybriden? Ja, auch Hybriden. Das coole an dem ist, der hat so eine leicht bronzene, braune, aber sieht schon fast eher nach Bronze aus. Und da ist noch ein Dino krank geworden. Ich drehe durch. Die brauchen Zutritt. Reiche. Ding. Aber das wär schon cool. Ja. Family. Sozialisiert sich. Oh, du bist das Alpertierchen. Alter. Ja. Ja. Auch mal treffen oder so? Ja. Ja, schön. Ja. Ja. Ich habe mir die Idee, ich habe mir die Idee. Und die wecken wir dann, wenn der dritte am Start ist, okay? Okay, damit die nicht gleich zu Riot gehen. Die schlafen jetzt gleich ein bisschen. Solange der jetzt nicht im Wasser K.O. geht, ist mir alles recht. Aber ich finde deren Muster so nice.